Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem kleinen Update unserer ÖPNV News, denn heute wurde uns noch mal was nachgereicht, welches wir hier gerne noch mal ranhängen möchten. Und wenn man gedacht hätte, schlimmer kann es nicht kommen, setzt Lotus immer wieder einen drauf und dementsprechend lasst uns mal gucken, was Lotus hier für uns bereithält. Und dementsprechend hat Lotus auf ihrer Lotus Homepage einen Shop eröffnet, wo ihr euch Merchandise kaufen könnt. Und dementsprechend wollen wir mal hier mal kurz mal so ein bisschen rüberlinsen, nachdem man ja zwei Events abgehalten hatte, wo man sich ja jeweils immer irgendwas kaufen konnte, so als kleine Andenken. Ja, und man gesagt hatte, dass das Ganze ja nun ja exklusiv dafür sei, kann man das Ganze jetzt nachholen und dementsprechend auch online sich jetzt bestellen und kaufen. Dementsprechend seht ihr hier schon die Fanbox von Lotus Simulator, jeweils das Modul, einmal Rails of Lotus und einmal Streets of Lotus, wo hier schon steht, streng limitiert. Ja, also das kann ich ja nun gar nicht nachvollziehen, aber nun gut, so ist es. Jedenfalls gibt es hier noch was und die kosten jeweils 10 Euro, ja, also hier haben wir die DVD-Box für echte Fans, ja, zum Hinstellen, Anfassen, Anschauen, Lesen, Zeigen und Verschenken. Ja, also jeweils kostet das Ganze 10 Euro. Wir können uns hier den Führerschenken kaufen, 2017 von den Simulator-Tagen in Koblenz oder aber auch von Hannover könnt ihr euch kaufen. Hier das Ganze hier 5 Euro sollte das Ganze mal kosten. Jetzt kostet es nur 3 Euro und auch bei dem hier, was 3 Euro kostet, hat jetzt 1,50 Euro. Wir können uns hier die Postkarte kaufen, Berlin-Hackischer Markt oder auch Düsseldorf, wir haben Wellenplatz sowie die Hamburg-Karte 1978, ja, auch hier jeweils 2,50 Euro bis 3 Euro für Düsseldorf. Und dementsprechend, ja, könnt ihr das Ganze hier auch kaufen. Wir haben hier nochmal Berlin-Hackischer Markt 2, was hier auch 3 Euro kostet. Die Aufkleber für Innen und Außen jeweils 2,50 Euro, dann haben wir hier einen Dienst- und Fahrbericht, welcher jetzt 7,50 Euro kostet, statt vorher 10 Euro. Und alle 7 Lotus-Kacheln plus Extrakachel 8 Euro, ja, das sind hier sogenannte Bierdeckel. Die könnt ihr euch jetzt hier alle auf der Seite vom Lotus-Simulator kaufen. Das hat uns, ja, ein bisschen verwundert. Ne, kommt ihr hier oben, wenn ihr hier oben auf dieser Leiste seid, könnt ihr hier einfach auf Shop drücken, ja, und dann kommt ihr halt direkt auf die Seite. Einfach das angeklickt, ja, seht ihr hier an der Seite schon den Preis, was das alles kosten würde, die Erweiterung mit persönlicher Widmung, ja, nochmal 3 Euro. Und derzeit sind nur noch 7 Stück lagernd, so heißt das aktuell hier. Ja, und hier sehen wir auch nochmal ein bisschen in der Größe einer konventionellen DVD-Box. Reiz sie sich perfekt in deiner Sammlung ein, sticht aber durch ihre besonderen Farben, Gelbfuß, Streets of Lotus, deutlich heraus mit Early-Access-Logo. Nur solange es den EA gibt, zeige mit der Box, dass du dabei warst. Ist limitiert und mit Seriennummer, mhm, und somit könnt ihr das Ganze dementsprechend jetzt hier kaufen für 10 Euro. Man muss aber dazu sagen, Leute, ja, man muss dazu sagen, obwohl dieser Satz jetzt hier gerade ein bisschen irritiert, ihr kauft nur die Box. Ihr kauft nicht den Simulator, ja, also um das Ganze jetzt nochmal hier festzuhalten. Ja, also der Simulator an sich kostet ja 40 Euro, ne, und die Box nur allein, die Box kostet 10 Euro. Ja, also ihr verkauft hier nicht irgendwie den Steam-Key, dass ihr den Lotus-Hummonator dann kaufen könnt, sondern es ist rein, wirklich nur die Box. Hier steht auch nochmal drin, diese Packung enthält keinen Datenregel und kein Handbuch. Also es ist eine ganz normale DVD-Hülle, wie man es halt von früher kennt, wo man sich das Ganze halt einfach ausgedruckt hat und es praktisch dann, ja, irgendwo andersher besorgt hat und dann sich einfach nur ein Cover besorgt hat. Und das Ganze, wie gesagt, könnt ihr jetzt dementsprechend hier kaufen, ja. Ja, und hier, wie gesagt, die Führerscheine, weil viele stehen halt auf die Führerscheine, ja auch nochmal angeknüpft an den Tag der offenen Tür im Hannoverischen Straßenbahnmuseum, gönnt sich zahlreichen Fans und interessierte Einblicke in unveröffentlichte Add-ons, in das Busmodul und in die VR. Nach unzähligen begeisterten Gesichtern und hochinteressenten Bekanntschaften bleibt als Erinnerung noch der zweite Führerschein, der neben den Straßenbahn nun standardgemäß auch die Fahrten mit ein- und Doppeldeckbus in Lotus legitimiert und so weiter und so fort. Wie gesagt, das könnt ihr hier kaufen und auch hier haben wir 1,50 Euro. Das Ganze drückt ihr hier rauf, dann habt ihr das in der Kasse. So mal 1,50 Euro zur Kasse gehen, gebt ihr hier eure Daten ein, die für euch jetzt relevant sind und dann könnt ihr das Ganze dementsprechend dort bestellen, wenn ihr das möchtet. Wir fanden es auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, dass man das Ganze jetzt macht, ja. Kurz vor Weihnachten ist natürlich nochmal eine gute Chance, hier nochmal ein bisschen den ein oder anderen Weihnachtswunsch zu erfüllen, weil viele konnten natürlich nicht auf den Simulator-Tag und hätten aber trotzdem gern das Ganze, ja, was es da so gibt und jetzt hat man die Möglichkeit, dementsprechend das Ganze zu erwerben, zu kaufen und das Ganze dann nochmal zu verschenken. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Wir fanden es auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare mit rein, ob ihr euch dafür interessiert oder wie denkt ihr jetzt darüber, was soll dieser Schachzug jetzt bedeuten. Wie gesagt, nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion, würde mich brennend interessieren, was ihr dazu sagt. Und sonst, ja, war es das mit unserem kleinen Update. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss! Bis dann. Tschüss! Bis dann. Tschüss! Vielen Dank.